Wir drei, wir drei, wir drei, wir drei, wir drei, bei zwei, bei zwei, wir machen Zehner, Zehnerlachs. Ja, ja, nur E3. Und ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Williweise im Chat! Let's go! Ehren, Digga! Let's go! Ich will zurück! Ich will zurück! Er war nie weg! I do waiting for Omid and Seko. Ja, okay. Das ist hier so eine Partei-Runde wieder. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Ey, wir dürfen nicht mit Mods spielen. Wir haben alle Angst vor Eli. Ja. Ja, Phil, mach jetzt nicht so auf Welle, sonst kriegst du erst mal nix, mal kein Gehaltsschwanz. Alles. Was hast du gesagt? Alles gut. Ja, besser ist. Bester. Ja, mach sie clever, hä? Hä? Mach sie clever, hä? Ich wusste es! Guck! Hey! Mika! 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 Digga, wenn Mika mich jetzt killt, ne, dann seh ich ihn so krass. Ist ein Opfer. Ist ein Opfer, Digga. Am liebsten, ey, ich bin kurz davor ihn einfach vor meinen Discord zu bannen, Digga. Ach! 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 Ey, ich bin... Ich entmotte Mika, Digga. Wie kann man entmotten? Mika. 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 Sidney, Bruder, ich sch... Ey. Digga, fuck mich's nicht ab, Sidney. Das machen die mit Absicht. Das machen die mit Absicht. Ich bin kurz davor, mich zu entmuten. Das macht ihr mit Absicht. Ey, nur ganz kurz. Das wird doch als mit Absicht gemacht. Ich hab einen fetten Blutdruck. Ganz kurz, ich möchte kurz was sagen. Ich bin halt... Ey, Siyad. Vielen, vielen Dank für deinen Sub und herzlich willkommen, mein Bester. Ich bin auch keiner, der sich irgendwelche Partner oder so holt. Ich zieh halt mein Ding durch. Ja, Digga, ist Opfer. Ich schwör, Digga, ich ban ihn von meinem Discord. So ein ADHS-Opfer, Digga. Ey, wo unten, Digga. Ganz kurz, Digga. Ganz kurz, Digga. So ein krankes ADHS-Opfer. Ich mein's mies ernst. Ich weiß, wer... Ist einfach ein Opfer. Ist einfach ein Opfer. Ist einfach ein Opfer. Ich werd ihn... Ich werd ihn nach diesen, ähm... Among Us vor meinen, äh... Discord bannen. Es war seine letzte Runde für immer. Es war seine letzte Runde für immer, Chad. Und das... Ey. Ist mir egal. Auf meinen Discord hat er keinen Zugang mehr. Ich mein, das ist so krass ernst. Klar, Digga. Ist ADHS, Mann. Boah, Watchparty klingt nicht verkehrt. Ehrlich. So eine entspannte Watchparty. Keksi, vielen, vielen Dank für den Sub im Ersten. Digga, es sind zwei Leute, die ich aus meinem Discord bannen. Bis zum nächsten Mal.